Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schenken macht mich eigentlich schon richtig Freude, wenn man weiss, dass es für Beschenkte auch wirklich etwas Sinnvolles ist. Ganz praktisch sind die Coop-Geschenkgutsche im Wert von 10, 20, 50 und 100 Franken. Die Coop-Geschenkgutsche sind ein sicherer Tipp. Denn bei dieser großen Auswahl bei Coop findet sicher jeder etwas, was er sich vielleicht schon lange gewünscht hat. Das kann verschiedener sein. Segen das die feinen Coop-Lebensmittelspezialitäten in allen Varianten, oder Bekleidung für Damen, aber auch für die ganze Familie für Klein und Gross. Coop-Tuit-Yourself-Artikel, damit sie mehr Freude an ihrem Hobby bekommen. Oder dann die Satrap-Elektro-Grebe für einen praktischen Haushalt. Aber natürlich auch die Coop-Sportartikel. Und so weiter. Sie sehen, so ein Coop-Geschenkgutsche macht sicher Freude dem, was er rüberkommt. Und dem, was er schenkt. Die Coop-Geschenkgutsche können Sie an sämtlichen Coop-Verkaufsstellen einlösen, inklusive Coop-Verkaufswagen, Coop-Warenhäuser, Coop-Restaurants, Coop-Hotels und Coop-Freizeitcenter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt kommen wir zu Weihnachtszieg in unserem 10'000 Franken Wettbewerb. Eine Hauptgewinnere der letzten Ziege haben wir zu uns ins Studio eingeladen. Guten Abend, Frau Heid. Frau Heid, ich darf Sie bitten, einen von den Hauptgewinnen über 1'000 Franken zu ziehen. Es ist Frau Emi Schneider-Rufer, Lengackerstrasse 3, in 4513 Langendorf. Wir gratulieren ganz herzlich, Frau Schneider. Und auch Ihnen, Frau Heid, noch herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und das vielleicht erst an der Weihnacht aufmachen. Und jetzt wünschen wir Ihnen alle schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, aber nicht am nächsten Mittwoch, sondern am Samstag, am 30. Dezember, am 4.30 Uhr nach der Tagesschau. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Beutel chinesische Nüdeligala, statt 3,60 Uhr nur 2,60 Franken. Zwei Gläser miti-Delikatessegurken, statt 2,90 Uhr nur 2,30 Uhr. 250 Gramm Coop Bohnenkaffee Jubilor, statt 3,70 Uhr nur 3,00 Franken. Und 500 Gramm, statt 6,90 Uhr nur 5,60 Franken. Und 125 Gramm Filterfertiggemahlen, statt 2 Franken nur 1,60 Franken. Ein Familienblock Goldstarr-Rahmglassen, Vanille, statt 2,30 Franken nur 1,90 Franken. Und 450 Gramm Rahmglassen-Goldstarr-Nougat-Torte, statt 750 nur 5,90 Franken. 200 Gramm französischer Weichkässe, Sub-Came-de-Duc, statt 3,50 Franken nur 2,60 Franken. Und nur morgen, übermorgen, am Samstag gibt es bei Coop zwei Litern operisierte Vollmilch, statt 2,70 Franken nur 2,40 Franken. Alle die Aktionen gibt es ab morgen in allen Coop-Lädern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.